Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und du, was hast du gesehen und wie du möchtest das Objekt? Ja, meine Freunde sagten, wir haben diese Dinge ein paar Mal vor, mit deinem Hilfe. Aber es ist die erste Mal für mich, dass Saturn diese Zeit, mit seinen Ringern auf diesen Angeln, auf die Erde, auf uns. Und wieder die Moon, Terminator. Und ich weiß, dass es wirklich gut ist, der Zeit ist mit uns, der Wetter ist mit uns, also wird es gut sein. Also, das sind ein paar von Menschen aus Macedonien, die die Moon und Saturn gesehen haben, für die Rand 100 in Astronomie. Tschüss! Szenario Spannungsgebäder Spannungsgebäder